Guten Morgen ihr Lieben! Wie ihr seht, bin ich nicht zu Hause, sondern bei meiner Mom. Du 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 duau oo 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 the story of my life Ich bin v ... oje! Am Samstag heute ist Montag, also vorgestern, ehm ... hergefahren, genau. Aber nur mit Faye und Lotta, damit Emma und Nid sich zu Hause eine Auszeit machen können. jetzt muss ich nochmal auskurieren ja, von der Erkältung sie war zwischenzeitlich schon fast weg und jetzt ist sie wieder da und jetzt ist er zu Hause und ich habe mir gerade schon, deshalb sehe ich so aus wie ich aussehe, meine geliebte Haarmaske in die Haare gemacht, denn ich habe auch immer eine hier gebunkert, die Pomelo die kennt ihr schon und werde jetzt mich einmal duschen und fertig machen weil ich gleich einmal schnell in die Stadt zu DM wollte, aber ja, vorher muss das hier wieder ordentlich aussehen, weil ich glaube so wird das nichts das ist das Chaos auf meinem Kopf also das hier ist auch echt sieht schon geil aus, muss ich sagen also nochmal durchbürsten und eigentlich wollte ich meine Haare glätten aber es regnet einfach die ganze Zeit heute und weil ich ja meine Naturwellen locken, wie auch immer man sie nennen will habe und auch die Extensions und eine leichte Naturwelle haben ja, macht es einfach keinen Sinn sie jetzt schon zu glätten, dann eher wenn ich nachher wieder zu Hause bin wenn ich da dann noch Lust zu habe so und ich muss euch sagen, ich habe die ja jetzt oh Gott, wie lange habe ich sie seitdem seitdem 25. November also knapp 6-7 Wochen würde ich sagen und ich liebe diese Haare ich liebe die ich liebe die Länge und ich bin schon ganz traurig dass die ja dann irgendwie beim ersten Mal hochsitzen ein paar Zentimeter kürzer kommen aber ja ich liebe das einfach ich mag den Look total es ist so einfach die zu pflegen und ich müsste eigentlich schon überglitten aber egal das ist jetzt ja nur für kurz ähm warum ähm aber ja ich würde es glaube ich jedes Mal wieder machen fragt mich nächstes Mal nochmal also nächstes Jahr wenn ich es selber zahlen muss aber ähm aktuell würde ich sagen sofort ich hätte mir nie gedacht dass das so pflegeleicht sein würde aber ist es ja ihr seht im Hintergrund da stehen die Welpenunterlagen ich musste die irgendwo unterkriegen ähm für den Fall, dass wir sie brauchen halber bisher brauchten sie nicht also Lotti ist echt ein Traum und Lotte hat heute so gut geschlafen ähm normalerweise oder was heißt normalerweise die letzten die letzten vier, fünf Nächte waren echt anstrengend gestern Nacht war schon besser aber davor die vier, fünf Nächte ist sie jede Stunde einmal aufgewacht und Leute irgendwann ist man dann echt müde und kriecht auf dem Zahnfleisch und heute Nacht habe ich ich war dann vielleicht draußen um zwölf, halb eins war ich einmal noch mit ihr raus dann hat sie bis um sechs durchgeschlafen und dann von sechs bis um viertel nach neun bis der Wecker geklingelt hat nochmal es war richtig erwursam und ich bin so viel Schlaf gar nicht mehr gewohnt also äh ja die Augenringe müssten heute also ein bisschen besser sein was soll's ähm ich zieh mich jetzt an und dann geht's kurz in die Stadt eigentlich bin ich zu Fuß weil der Weg halt zu DM zu Fuß von hier aus nur nicht mal zehn Minuten sind aber weil ich so ein paar mehr Teile brauche und auch schwerere hab ich gedacht fahr ich doch mit dem Auto kann ich das alles reinschmeißen man muss nicht schleppen wenn euch die Videos auf dem Kanal gefallen dann übrigens unbedingt einen Daumen nach oben hinterlassen denn dann drehen wir noch viel viel mehr Videos für euch und ähm ja wir freuen uns immer über Kommentare und ich bin auch meistens super schnell im Antworten denn ich freue mich so über den Austausch mit euch und gerade jetzt Richtung Richtung 2021 ist der Austausch noch so viel größer geworden und es haben sich auch so viel mehr Leute getraut uns zu schreiben gerade unter dem Video dem Musikvideo vom Neujahr ähm von dem wir noch nie gelesen haben und das ist so so schön ich verlinke euch jetzt auch nochmal das Neujahrsvideo unser Musikvideo auf dem i und vielen vielen Dank für euer wunderbares Feedback es ja es war total rührend dass euch das so doll gefallen hat weil wir damit nicht gerechnet haben und es halt schon eine Herzensangelegenheit für uns war und dass euch das jetzt so gut gefällt ist einfach ja es ist super schön und wenn ihr es noch nicht gemacht habt dann dürft ihr natürlich unbedingt den Kanal unten äh abonnieren und die Glocke aktivieren und dann bekommt ihr immer eine kleine Benachrichtigung wenn ein neues Video auf diesem Kanal äh ja rauskommt aber jetzt geht es weiter mit meinem DM-Hall wundert euch nicht wenn ihr hier irgendeinen kleinen Quirligeist quirligen Geist seht, hört oder die Tüte loslässt äh denn Lotta ist mit mir oben damit ich ein Auge auf sie werfen kann und ihr wisst ihr hier oben ist das Spielzimmer mit Spielbögen Aua ähm kleinen Welpenzähnchen und Knister Spielzeug und 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 deshalb äh kann es zwischendurch auch mal lauter werden oder einen kurzen Schrei von mir geben aber ähm wo wir schon beim Thema Hunde sind habe ich als erstes was mitgenommen für hihaha hihaha für unsere Mäuse und für die Mäuse meiner Mama ähm im wahrsten Sinne denn es sind äh diese Spielmäuse hier das sind so kleine Kuscheltiere eigentlich Katzenspielzeug aber das heißt eigentlich nur das ist kleine Mäuse im Endeffekt das kleine Kuscheltiere das die wir essen jetzt nachher ähm einfach weil die ja ihnen Spaß machen und äh sowas schnell mal kaputt geht und die aber so günstig sind dass man die auch mal nachkaufen kann dann wisst ihr ja dass wir aktuell äh äh 80 Cent pro Packung ähm funktioniert bei uns am besten Lotta fällt gleich vom Schoß und ich möchte alles angucken ähm funktioniert vor allem genauso gut wie die teuren Marken deshalb unbedingt und äh es darf bei uns aktuell ganz sicher nicht fehlen wir haben uns zuhause ja relativ gut aufgeteilt denn äh Nils putzt das Bad und ich den Rest und damit bin ich mehr als glücklich und ähm da habe ich von ihm ein paar Sachen gehört oder aufgetragen bekommen mitzubringen das ist zum einen der Badreiniger auch wie der Eigenmarke denkt mit funktioniert prima gegen Kalk bei uns genauso gut wie die teuren Marken wie heißt die Anti-Kalk ähm und ja macht alles weg was es soll nehmen wir mittlerweile auch in der Küche wir hatten da bis zu Anfang einen Küchenreiniger extra auch von Denk mit aber der hat nicht so gut funktioniert wie der hier und deshalb ist das so unser Alleskönner im Bad Bleiben wir im Badezimmer dafür hat Nils sich gewünscht äh ein Nachfüllpack für die WC-Ente für diese Stempel Gelsachen wie auch immer ähm da hatten wir bisher die grüne Variante von mit Limone Limette keine Ahnung äh wenn ihr den Unterschied zwischen Limone und Limette kennt schreibt die mir bitte unbedingt in die Kommentare unten denn ich habe keine Ahnung das hier ist Furtopia mit roten Früchten also wird das Klowasser rot hm interessant sprechen wir vom Klowasser äh ist mir gerade was eingefallen und zwar sollte ich die hier mitbringen und zwar sind das diese ähm WC-Blauspüle die kommen in den ähm Toilettenkasten rein und machen das Wasser blau und jetzt bin ich gerade am überlegen wenn ich blau und rot habe ist dann das Spülwasser Lila oder einfach eine graue Suppe ähm ich glaube das müssen wir in Ruhe ausprobieren auch wieder für das Bad äh sollte ich mitbringen das feuchte Toilettenpapier von äh Tempo das ja habe ich gleich dreifach mitgenommen ähm findet Nils ganz cool weil man das zu machen kann und alle anderen stehen immer so auf und trocknen aus damit ist er happy ich kaufe immer die Sorte die ich da finden kann es hätte heute auch irgendwie karibische Meerwiese gegeben oder habe ich die doch stehen lassen weil ich es vergessen habe eigentlich wollte ich die mitnehmen es klang einfach nach Urlaub und ganz ehrlich wer ist nicht in 2021 definitiv urlaubsreif ich auf alle Fälle und ich glaube Nils auch und so ziemlich jeder den wir kennen ähm ich wünschte wir könnten in den Urlaub fahren ähm ja ich glaube ehrlich gesagt nicht dran 2021 aber vielleicht 2022 das letzte Produkt für den Haushalt was ich mitgenommen habe ist dieser Staubblitz von Profissimo also auch wieder DM Eigenmarke ähm bestehend aus diesem Griff und ich meine genau zehn Bezügen eigentlich hätte ich super gerne einen Nachfühlpack nur mit Bezügen gehabt aber das gab es irgendwie bei uns im DM nicht ich weiß gar nicht ob es das überhaupt gibt äh wäre zumindest nachhaltiger denn von diesen Griffen habe ich glaube ich schon zwei oder drei zu Hause aber wahrscheinlich wirklich einfach falls es die nicht einzeln gibt also super Ding man braucht nicht dieses teure mit dem sonst was Namen das funktioniert genauso gut und ähm benutze ich vor allem liebend gerne auf Technik sowas wie Fernseher der Beamer Leinwand ähm ich sag mal Stereoanlage Musikanlage das ist bestimmt keine Stereoanlage ich sag bestimmt wieder irgendwas Falsches aber ihr wisst was ich meine für sowas für die Boxen ähm auch um unsere Mikroständer also unser Tonstudio in Anführungsstrichen äh sauber zu halten funktioniert das hier einfach mega gut wenn man da nicht überall feucht feucht wischen muss sondern einfach nur den Staub runter kriegen muss dann ist etwas super trauriges passiert und zwar ist unsere Lieblingsseife leer gegangen ich hatte zum Glück eine noch hier äh in unserer Wohnung hier die ich jetzt beim letzten Mal schon mit nach Kiel genommen habe und zwar war das diese 25 Jahre Zauberhaft Edition Limited Edition von äh Balea mit dem Duft nach süßem Popcorn oh war das geil ähm aber ich dachte wir brauchen Nachschub und da habe ich mich entschieden für diese hier und zwar nennt die sich Sense of Magic und duftet nach Beere und Vanille und ich konnte ja im DM nicht dran schnuppern wegen der Maske manchmal mache ich es trotzdem aber nicht so stand die Verkäuferin neben mir oh das riecht gut es riecht so ein bisschen wie diese Campinos die dunklen nicht die Erdbeeren sondern die dunklen also mega lecker habe ich auch gleich zwei mitgenommen damit die ja nicht leer gehen und ich finde die Balea Verpackungen sind da auch immer einfach super super schön ich habe euch ja heute morgen erzählt warum ich wieder alleine gefahren bin ohne Nils und zwar damit er seine Erkältung Männergrippe Erkältung jedenfalls seinen nervigen Husten loswerden kann und ich dachte mir für das nächste Mal will ich besser gewappnet sein und habe ihm zweimal Erkältungsblatt mitgenommen dieses ja so Meersalz mit Duftbrot uh okay ja es riecht so ein bisschen wie im Schwimmbad in diesen Thermen ein bisschen ja krass da musst Du halt durch was ist da drin Eukalyptus Thymian Rosmarin und Kampfer und danach riechst Du wie so eine Rosmarinkartoffel aus dem Ofen aber Du wirst vielleicht gesund auch wenn Du niemals baden gehst jetzt schon dann habe ich euch ja gerade schon erzählt dass es heute Abend bei uns wieder Raclette geben wird und meine Mama liebt Gorgonzola und deshalb haben wir diese Birnen Gorgonzola-Pfunde gemacht und mir fällt gerade ein dass ich auch vergessen habe Birnen zu kaufen ja denn dafür brauchen wir ja Walnüsse karamellisierte und weil unsere alle gegangen sind weil wir schon zwei Tage lang verkleid essen im Übrigen habe ich Walnüsse mitgebracht und ich dachte wo wir eh schon dann am schwenken sind habe ich auch gleich nochmal Mandeln mitgebracht ähm und muss dann vielleicht nochmal los und Birnen holen ansonsten fehlt ja die Hälfte irgendwie auch witzlos aber ähm ich wollte eh gleich nochmal schnell in die Stadt und dann bringe ich eben auch nochmal Birnen mit ich muss halt nur dran denken und ich glaube das wird schwer kommen wir zum Schluss zur dekorativen Kosmetik und da habe ich so 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 coole Sachen gefunden aber erstmal was unspannendes vorweg ich brauchte für hier nochmal einen neuen Nagellackentferner und ähm ich habe einen in der Flasche so für die Ränder und für alles so aber für die großen Flächen nehme ich ja immer gerne den hier mit dem Schwamm deshalb musste der mit ist auch acetonfrei damit das gut für die Nägel ist und jetzt zu den spannenden Sachen und zwar habe ich mir aus einer Limited Edition von Trended Up und zwar der Radiant Lines LE3 Produkte mitgenommen aber auch ehrlich gesagt nur weil er gerade 50% drauf war wahrscheinlich ist die rausgegangen und es ist alles in Gold also ich habe zum einen mitgenommen den Nagellack richtig richtig cool dann ähm den Eyeliner auch in dem selben Gold mal gucken ja jetzt sieht man es schön richtig cool und dann das worauf ich am gespanntesten bin am spannendsten gespannst gespannendsten also worauf ich am meisten gespannt bin ähm ist dieser hier und zwar ist das ein goldener Liptopper und ähm Leute ich hatte eigentlich gar nicht vor hier zu filmen deshalb habe ich überhaupt kein Make-up mitgenommen ähm keine Foundation nichts ich hoffe ihr verzeiht es mir aber ähm ich hätte das super gerne auch so ausprobiert ich glaube nur so ganz ohne ähm hätte das heute komisch ausgesehen aber das kommt definitiv bald zum Einsatz bevor ihr jetzt aber sagt wie du trägst doch was auf dem Auge kann ich euch sagen was ich noch mitgenommen habe und zwar zwei Paletten einmal diese hier ähm von Essence sind beide aus der Limited Edition my power is das ist die Earth und die ähm Water Limited Edition äh ne nicht Limited Edition die Palette genau Palette und zwar geht es da drin um Sternzeichen das heißt es gibt Erde, Feuer, Wasser, Luft und ähm ich bin ein Fisch dementsprechend ist meine Palette definitiv Wasser und äh die habe ich schon benutzt heute ich zeig euch aber erst die andere die anderen beiden fand ich uninteressant also ich habe jetzt Erde und Wasser und Feuer und Luft waren so mhm ihr wisst ja ich stehe mehr so auf bunte Sachen und ähm ich finde das einfach schon mal mega geil die Verpackung ist magnetisch kein Spiegel aber den brauche ich auch nicht das ist mir eh zu fummelig ich mache nochmal hier die Folie ab ich habe die bisher nur einmal kurz geswatcht die Farben sind super deckend und mega cool und das hier ist die Palette die hat mich am meisten natürlich angelacht wegen des Grüns aber ich kann mir auch die Kombination mit dem Orangen mega geil vorstellen und auch diese Gold und Bronze Töne die glitzernd sind mega und was am coolsten ist ist einfach dieses metallische Grün und ja man kann die Essenspaletten von heute einfach nicht mit denen von früher vergleichen die waren so katastrophal von der Qualität und die hier sind jetzt einfach mega mega gut und jetzt zu Wasser achso nochmal kurz zum Packaging was ich sehr cool finde ist wenn man es einmal aufklappt steht dabei welche Sternzeichen denn dazugehören zu Wasser oder dementsprechend zu Erde und beim Wasser sind es natürlich Krebskorpion und Fisch und most likely to be also wie wir denn charakterlich sind empathisch, intuitiv und kreativ und Leute kreativ zu tausend Prozent ich bin sowas von ein Fisch verträumt, kriegt nichts mit kreativ ich kann es nicht abstreiten allerdings glaube ich nicht an Sternzeichen ich glaube es ist einfach Zufall jedenfalls zeigt euch jetzt die hammer geile Palette festhalten es ist diese hier ich glaube die wenigsten von euch werden sie tragen wollen würden tragen wollen doch ich finde sie aber mega geil am coolsten ist dieser Ton hier denn das ist nur ein Topper das ist so ein ja sieht aus wie kennt ihr den Regenbogenfisch von früher so sieht das aus also richtig richtig cool überall in der Haare das ist der Wahnsinn dann finde ich aber auch noch super schön dass hier unten so Naturfarben sind das heißt man kann daraus auch so einen Alltagslook schminken dann die Grüntöne und das Pink und Blau mega cool und auch die Farben decken einfach richtig richtig gut und ich mach mal die Augen zu dann seht ihr dass ich die eben schon ausprobiert habe und ich finde die Farben so so geil so das war es jetzt auch schon mit meiner DM Ausbeute den Lebensmitteleinkauf habe ich schon verräumt und weil ich jetzt ja gleich nochmal los muss und nachher wieder Raglett das zehnte Mal in Folge ist bestimmt für euch nicht so spannend machen wir jetzt an der Stelle Schluss was ich euch aber verraten kann ist dass ich mich entweder heute Abend oder morgen in die Küche stellen werde und ein Lani Kitchen in der La Form drehen werde also ohne Nils denn ich habe euch ja neulich von den Brownies erzählt die ich gebacken habe und die waren so mega lecker und jetzt hat sich meine Mama gewünscht dass ich die nochmal mache das heißt ich habe vorhin nochmal alles besorgt für die Brownies werde die dann also backen und dann kommt das Rezepte Video das Lani Kitchen am Donnerstag online das heißt wenn ihr da Bock drauf hat dann schaltet unbedingt Donnerstag 15 Uhr wieder ein wir freuen uns mega auf euch und ja jetzt bleibt mir nichts anderes zu sagen als bis dann Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020